Am Sonntag startet endlich auch die zweite ÖFB Futsal Bundesliga. In der Gruppe A bieten wir euch gleich zwei Spiele live auf unserem YouTube-Kanal. Die Eröffnung ist bereits um 11.30 Uhr das Grazer Derby zwischen Titelanwärter FK Poudrinje Graz und Pantera Graz. Um 15 Uhr übertragen wir dann auch noch das Spiel von Liga Neuling Wiener Neustädter Kickers 27 gegen AC Vienna 2020. Alle Informationen rund um die erste Futsal Bundesliga bekommt ihr auf futsalblog.at.